Die sollen uns doch einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen. Die sind schon in der Unterzahl. Soll haben wir mal chillen, ey. Vielleicht machen wir jetzt wieder einen guten Boden. Ah ne, doch nicht, ich greife gar nicht das Geld. Dann mache ich einen einfachen. 1, 2, 3, 4. Wir müssen irgendwie mit unseren Rohstoffen klarkommen. Ich habe gelernt, immer ein paar Steine dabei zu haben, ist gar nicht so schlecht. Der eine muss auf jeden Fall immer die Lage halten. Bogen! Yo! Der kann gut, ey. Oh, ich habe vergessen, mir Essen zu machen. Faye. Oh, hat der sich wieder hochgezogen? Oh, hat der sich wieder hochgezogen? Ich brauche Steine. Erfängt die ganze Zeit in die Base reinlaufen. Wieder rauslaufen, nur wieder reinlaufen, wieder rauslaufen. Der hinter ist einer. Der hinter ist einer. Ja, ich weiß. Hau mal die Steine weg. Der Typ hat auch einen Bogen. Aber ich traf den Messer. Ey, was ist klar aus dem mit meinem Kill? Halt einfach die Klappe. Faye, Alter. Der hinter ist einer. Ich habe das gesehen. Entschuldigung. Ey, wie schwerst du dich, dass du stirbst? Deine Mutter stirbt. Wie riege die Alpha alle zerfickt, ey. Ja, hä? Das ist nichts bei. Wenn die so schlecht sind, ne? Ja, das ist für leider, ne? Wie gesagt. Ich hätte mal... Warte, gegen den gelb, ne? Sind die alle in der Base? Einer wirft jetzt die Granate. Das leck. Hat's vollgebracht, irgendwie nicht. Nein! Da war ja ein Map-Ende. Bist du allen ernstes runtergefallen? Naja. Ich kann's halt. Alter, wie ich den treffe. Ey. Ich würde ja jetzt so gerne zu den rüber gehen, ne? Mit Stärketrank und so, ne? Das könnte denn letztes Mal gewesen sein. Ey, wieso? Wir haben doch ein Bett. Ja, aber trotzdem. Bausklaue. Ah, pass auf. Oh, voll getroffen, ey. Wie ein Verbrechenhaus hinsetzt. Pff. Das ist nicht hobbylos. Boah. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich baue da mal schon wieder einen Weg. Ich baue mich in die Höhe. Einfach aus dem Grund, weil man aus der Höhe besser Leute abficken kann. Ah, ich hole mir mal eine Rettungsplattform. Nur so, zur Sicherheit. Was ist denn da? Okay. Mal essen. Der da noch? Nö, der ist da nicht mal hinter. Ah, der ist aber da oben. Aua. Aua. Wir spielen jetzt noch ein paar Wurstungen fertig, ne? Das sind mir gleich nichts mehr. Ich hab doch Zeit gehört, Frau Dein. Loll. Loll. Ah. 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 Oh! Ähm. Kelb, komm's? Okay. Nein! LOL! Wie ich, wie ich One-Hit war,lter. Jetzt merkt er, das ist nicht so effektiv, ist. Wo ist eigentlich Vincent? ich versuche den gerade weg zu hauen also ich habe gerade nichts weiter was ich ganz klasse mit rüstung fertig du machst gerade eine kiste mit rüstung fertig oh geil oh ich bin zwecker oh der benutzt schon wieder schaffe Achtung der geht in unsere Base mit Schaffen okay halte ich von der kiste weg was ich wusste ich wusste nein wieso bin ich ein one-hit alter wieder und einfach alle one-hit ab ihn dass die er ist es kaputt gegangen ich hatte halt einfach ein bobe und ein eisenschwert er hatte einfach nur äpfel ein apfel effekt mehr hatte der gar nicht da dumm bohren ist am schlausten das mal gold in die kleine kiste und silber und gold in die kleine und der rösten plan der schuhe rüstungsteil kommen dann in die rechte kiste also die einfach mal rüstung da sind ein paar drinnen weil mich müssen wir auch hier die Lage halten wenn sowas wie eben passiert schausten der man mit den Schafen weiter ist so das ist ein mobbing auf bing ob du jetzt einfach nur mit einer einer Quelle über Wasser halten musst BING! Was ist hier irgendwie los? Boah! Oh, jetzt kommt der Typ schon wieder! Oh, jetzt kommt der Typ schon wieder! Ich hab auch noch keine Schuhe! Ja, da sind nur eine Kiste, wir hier sind. Oh! Oh, heißen! Oh, heißen! Sandstein! Boah, irgendwie müssen wir doch in die Mitte kommen! Ja, irgendwie ist gut. Man muss sich irgendwie voran bauen, ja. Sodass wir die in der Mitte raus besiegen, sozusagen. Und dann sozusagen nur noch, ja, dann von der Mitte ausfernen müssen. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Weil dann haben die nur noch einen Angriffspunkt, den sie erstmal, so haben sie mehrere Punkte, wo sie noch hin können. Das ist das Problem. Ich verwalte so ein bisschen jetzt bei uns gerade, ne? Dass so ein bisschen items haben, falls einer stirbt. Boah, Alter, die eine Kiste hat einfach zu viele... Dann geht die für Schafe oder irgendwas aus. Das ist Bronze, meinst du, ne? Hast du noch Steine? Hm, Bronze. Ja, dann geht die für Schafe oder sowas aus. Woher brauchst du noch Steine? Hab ich dir gerade gesagt, aber egal. Sophia! 3 sind jetzt... 3 sind jetzt... 3? Ja, 3 sind jetzt in der Mitte. What, fuck? Kann das schrocken, mir. Also, ich kann die jetzt richtig schön mit, ne? Ja, übertreib Fünf Stück habe ich jetzt schon erschaffen, fünf Schafe Oh, Alter, ich bin nicht tot Ihr Herzen, Alter Wenn, stoppt, ist auch nicht das Problem, so viele Alters haben wir das für dich wieder Nein! Boah, scheiße Hallo, das war ein scheiß Bogen mit Knockback Aber dafür gib ich jetzt nicht unsere schönen Bogensachen aus Also unser schönes Gold Äh, ich wohne mir nur einen einfachen Bogen Ja, klar, das darfst du Du, ich hatte die ganze Zeit nur einen einfachen Bogen Ich glaube, die kommen gleich wieder Dann setze ich aber die Schäfchen zu an, Alter, dann können die mal laufen Dann lernen die mal laufen Zurzeit braucht man eigentlich nichts außer einen einfachen Bogen Denn bei der Wahrscheinlichkeit stirbst du immer viel zu schnell Enderpelle, 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 enderpelle Oh, der wagt in der Wand fest Tschüss Ich will den Kill, ich will den Kill Loll tot Du noch mit, oder wie? die ja, wie der einer einfachen Wand gestorben ist Hier sind die Signale gegrüßt ich hab den Kill gekriegt hat den Kill gekriegt, ach Oah... Administ symptom Die Zahl wäre schnell aufgeblos Der Weg würden foam Zubert schützt gehe ich habe mal ein paar schiefen schon mal in die kiste geschaffen ich habe einen leck so schön für schafe ausgeben ja noch noch mega noch wachsen ich will einen weg in die mitte bauen schafe Oh Gott, also 16 Schafe. Achtung. Ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Scheiße. Ich hab ihn. Alter, wie stark er einfach ist. Komm. Der baut unser Bett ab, der hat's geschafft. Das sind unsere Schafe. Manni. Wo ist er denn? Hier, bei uns in der Basis, aber das ist eine Schaf-Megadin. Ist er tot? Oh Gott, wie sie alle in unserer Basis sind. Wie die einfach keinen Schaden nehmen. Jo. Verkackt. Baddest round ever. Und Ende der Aufnahme. Danke für die Zuschauer, auch wenn die Runde nicht gerade die erfolgreichste war.